Ich arbeite mit Frauen, die kurz davor sind, alles einzuschmeißen, alles aufzugeben. Wenn das ein Thema für dich ist, solltest du dich auf jeden Fall an mich wenden. Du lässt dich vom Kopf und der Angst leiten, ja. Da bist du nicht allein. Das sind Sachen, die kannst du so schnell drehen. Du hast deine Vision. Du bist so eine Knallerfrau, so ein Hammer. Raus aus der Angst, raus aus dem Kopf. Und jetzt arbeite mal an der Strategie, wie du genau das rausbringst. Du wirst merken, es ist der richtige Weg. Da soll es hingehen. Was sind deine nächsten richtigen Schritte? Irgendwann bist du absolut unschlagbar. Die Welt braucht dich ohne Ende. Schreib mir nachher noch eine Nachricht. Ich freue mich tierisch darauf. Und das ist so geil, was du machst. Das braucht jeder.